Servus Leute, Willkommen zu einem neuen Video. Heute steht eine kleine Bootstour an. Heute fahren wir auf eine Insel, da kann man richtig geile Fotos schießen. Man kann sich auf so Steinstellen auf ein paar hundert Metern Höhe und hat einen richtig geilen Ausblick auf so eine richtig finzige Insel. Da waren wir heute hin, haben uns hier so Taxi-Booten gegönnt und duckern jetzt hier einfach übers Meer. Gott sei Dank knallt die Sonne heute nicht so, sonst wären wir übelst gespiegelt eiert. Unser Taxi-Fahrer ist auch gut, cool drauf. Say hello! Hello! Ja, Gott sei Dank ist die See hier echt übelst ruhig, denn wir sind alle nicht so wasserfest. Wir sind auf der Insel angekommen und Ben, was sagst du? Schon ziemlich nice hier, ne? Also hier ist das Wasser wirklich türkisblau und so ein ganz kleiner Strandabschnitt verbindet. Zwei Inseln miteinander, also hier hinter uns könnt ihr eine sehen und vor uns. Und... Ist echt kimmisch, ne? Also ein bisschen überfüllt halt mit Touristen. Ja, aber es ist eigentlich überall der Fall hier. Ich denke, für den Preis kann man das schon mal machen. Wir sind zu 400 Watt pro Person hergekommen. Das sind in etwa... 10 Euro. Hat die Bootsfahrt gekostet. Ging eigentlich auch recht fix. Vielleicht... Ja, war ganz lustig. 10, 15 Minuten gedauert. Ja, war ganz lustig, ne? Haben wir ein Spezchen gehabt. Und... Jetzt wollen wir hoch auf diesen Aussichtspunkt und dort ein paar geile Fotos schießen. Ganz kleiner Aufstieg jetzt hier. Ja. Wenig anstrengend. Bei 100% Luftfeuchtigkeit. Mumse, geht's dir gut da hinten? Mir geht's ganz gut. Und dir? Ich schwitze. Echt nicht. Du nicht? Aber man hat hier einen schönen Aussprich, habe ich gerade gesehen. War gut. War gute. Wir sind nun ganz oben auf der Insel. Also fast. Wir sind auf so ein paar Steine hochgeklettert. Das ist wirklich voll mit Menschen. Deswegen ist das ein bisschen dangerous. Aber wir sind ja wackere Typen. Und deswegen haben wir uns so getraut. Abenteuerlustig. Lebensmüde. Und hier hat man einfach einen total genialen Ausblick. Zieht euch das mal rein Leute. Wir haben auch schon ein paar geile Fotos hier geschossen. Ein bisschen rumgepost. Ein bisschen Rezeps präsentiert. Oder freigeschaltet, wie man auch im Volksmund sagt. Und das ist einfach geil. Also das ist so unbescheidlich wie nice das hier ist. Das Wasser ist hier türkisblau und keine Ahnung wie hoch wir sind. Schätzt du? Ja. 20, 25, 30 Kilometer. Ja. Das was ich hier gerade gezeigt habe war der Südblick. Und jetzt zeige ich euch den Blick nach Norden auf die andere Insel. Das ist einfach Atemberaubend. Zieht euch das mal rein Leute. Also das ist einfach nur der Hammer an. Das kann ich jetzt gar nicht beschreiben. Ich versuche jetzt gleich nochmal links auf den Stein zu klettern. Um von dort ein paar Fotos zu schießen. Und da nochmal ein bisschen zu filmen. Wir sind jetzt ganz oben auf dem Felsen. Und es ist scheiße gefährlich. Also jetzt mal im Ernst. Ich habe keine Ahnung wie wir hochkommen sind. Wir haben es einfach gemacht. Leute die ein bisschen Höhenangst haben. Ja dem würde ich das nicht unbedingt empfehlen. Aber dafür wird man mit einer richtig geilen Aussicht belohnt. Anders kann man das gar nicht beschreiben. So. Wollen wir uns ein bisschen drehen mal. Zieht euch das rein Leute. Konangguan. So heißt das hier. Es ist echt einfach nur wunderschön. Romantisch. Ist romantisch. Küsst euch. Was sollen wir? Später. Was hat der Türke gesagt? Sollt euch küssen. Ja ja ja. Das macht ihr die ganze Zeit noch im Hotel zu. Das ist Haram ist das. Haram ist das Vielen Dank.